Willkommen zu unserer Besprechung mit dem Thema die Macht der Stärke, Trading mit dem RSI. Trends sind in den Märkten immer wieder ersichtlich. Wer mit Trends arbeitet, ist immer auf der richtigen Seite. Warum? Wir folgen da dem großen Geld. Und das ist ja genau das, was wir brauchen, weil das Big Money hat einfach die Power, die Märkte voranzutreiben. Und wir als private Trader, wir können daraus unheimlich gut die Spuren lesen und uns an den richtigen Stellen positionieren, um unsere Trades sehr gut zu planen und an den Punkten loszulegen, wo das größte Spannungsmoment ist. Einer der Indikatoren, die in diesem Zusammenhang genutzt werden, ist hier an dieser Stelle der sogenannte relative Stärkeindex. Darum geht es jetzt, bevor wir ins Webinar starten, noch der Risikohinweis, den bitte ich an dieser Stelle wieder in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Wir sprechen jetzt um oder über den RSI im Detail, machen dann einen Praxistest und am Ende gibt es das Fazit zur Arbeit mit dem RSI. Schauen wir mal auf den relative Stärkeindex. Es ist ja ein weit verbreiteter Indikator, den können wir auch sehr, sehr schön hier im Trading bei Tickmill nutzen. Ich zeige das auch gleich. Und das Gute ist halt, wenn man einen Broker hat, der so kompetitiv von den Konditionen ist, kann man das Ganze auch sehr gut zu seinen kostentechnischen Faktoren mit einsetzen. Das Ganze hier spielt halt im Trading immer eine große Rolle, weil wir wissen ja, es sind nicht nur immer die Charts, die über den Erfolg im Trading entscheiden, sondern es ist natürlich immer auch der Broker. Wir brauchen einen Broker, der uns gute Ausführungen, extrem kleine Slippage und sehr, sehr gute Preise hier auch gibt. Und das Ganze verbunden mit dem richtigen Trading ist dann der Faktor zum Erfolg. Der relative Stärkeindex, bekannt als Relative Strength Indikator oder auch der relative Stärke Indikator. Er wurde erfunden oder entwickelt vom Welles Wilder und zwar im Jahr 1978. und 70. Worum handelt es sich hier? Es ist ein oszillierender Indikator, der innerhalb einer Range hin und her läuft. Er gibt Auswerte zwischen 0 und 100 und gibt uns mit diesen Daten an dieser Stelle im Chart, den wir uns betrachten, einen Aufschluss darüber, ob wir gerade einen sehr, sehr starken oder einen sehr, sehr schwachen Markt haben. Und damit können wir als Händler dann entsprechend unsere eigenen Handelssignale generieren. Das heißt, die Funktionsweise vom RSI ist auf Stärke und Schwäche berechnet und das Ganze wird immer in Relation zur Auf- und Abwärtsbewegung des Basiswertes über die Zeit gegeben. Das heißt, das ist jetzt mal so ein bisschen Einblick in die Berechnung. Das heißt, hier wird eine Berechnung über einen gleitenden Mittelwert, also einen gleitenden Durchschnitt genommen. Im Indikator selbst nutzt man einen Standard von 14 Perioden. Also wenn Sie den Standardindikator hier bei TICML auch verwenden, den Standard-RSI-Indikator, dann ist der immer eingestellt auf 14 Perioden. 14 Perioden bedeutet in dem Moment, die Zeiteinheit, die Sie im Chart wählen, wenn es der Tag ist, wird der gleitende Durchschnitt über 14 Tage berechnet. Wenn es die Stunde ist, wird der gleitende Durchschnitt, also der Mittelwert, über die letzten 14 Stunden berechnet. Und dieser gleitende Durchschnitt wird dann mathematisch in das Verhältnis zu den entsprechenden Bewegungen gesetzt. Und die Veränderung der Perioden beeinflussen dann die Volatilität des RSI. Das heißt, wer sich hier sagt, Mensch, 14 Perioden, das ist eine Zahl, mit der möchte ich nicht arbeiten. Und es setzt diese Perioden beispielsweise auf 20 nach oben, dann reagiert der Indikator deutlich langsamer. Setzt man diese Perioden nach unten, dann reagiert der Indikator deutlich schneller. Das heißt, die Volatilität nimmt ab oder zu, je nachdem, wie die Zahl mit verändert wird. Kommen wir nun dazu, einmal zu sagen, was lesen wir denn überhaupt? Es gibt im Indikator, im Standard auch zwei wichtige Marken. Das ist die Marke von 70 und die Marke von 30. Im Allgemeinen spricht man hier davon, dass ein Wert von über 70 bedeutet, dass der Markt überkauft ist und ein Wert von unter 30, dass der Markt überverkauft ist. Das ist mal so die allgemeine Lesweise. In der Praxis arbeitet der ein oder andere Trader hier auch mit adaptierten Zahlen. Das heißt, wenn wir sehr, sehr starke Bullenmärkte haben, dann wird häufig der Wert von 70 etwas nach oben gesetzt, auf 80. Und wenn wir sehr, sehr starke Bärenmarke haben, dann wird diese Marke von 30 häufig auf 20 nach unten gesetzbar. Wenn alles schwach ist, will man wirklich die besonders Schwachen haben. Deswegen setzt man den Wert nach unten. Wenn alles stark läuft, dann möchte man die besonders starken Werte herausfiltern und deswegen setzt man diesen Wert etwas nach oben. Das ist dann aber immer von den individuellen Wünschen und auch der Markterfahrung abhängig. Die allgemeine Annahme, wie schon gesagt, in diesem Bereich mit der Oszillation, sagt uns hier, dass die Werte aus den Extrembereichen in der Regel irgendwann immer wieder zurück in den Mittelwert fallen. Und das ist dann der Vorteil, den man sich in der Zusammenarbeit an dieser Stelle wieder heraussuchen kann. Das heißt, hier können Handelssignale generiert werden. In der allgemeinen Praxis heißt das, wenn der Markt überverkauft ist, also unter 30, dann sucht man eher die Long-Richtung in der Annahme, dass sich der Markt wieder in Richtung des Medianen bewegt. Auf der anderen Seite, wenn wir in der überkauften Situation sind, das heißt, Werte deutlich über 70 haben, dann geht man eher short in der Annahme, dass der Markt wieder auf das Median fallen wird. Wichtig an dieser Stelle ist es immer, dass wir als Händler nicht blind traden, sondern hier die allgemeine Marktrichtung beachten. Das heißt, immer auch schauen, haben wir einen Bullenmarkt oder einen Bärenmarkt vor uns? Und auch immer das individuelle Verhalten des Marktes mit einbeziehen. Es gibt immer Gründe, warum ein Markt stark oder schwach ist. Und wenn es Gründe dafür gibt, muss man diese Gründe mit beachten. Kleiner Ausflug in die Praxis werden wir dann auch sehen. Nur weil ein Markt beispielsweise gerade im überkauften Bereich ist, heißt das nicht, dass er bald fallen wird. Wenn wir wirtschaftliche Gründe haben, dass dieser Markt stark ist und auch stark bleibt, dann sehen wir auch sehr, sehr oft, dass wir den Chart weiter am Steigen haben, ohne irgendwie einen Zucker zu machen, dass hier ein überverkaufter Bereich im RSI ist. Das muss man immer auch mit auf der Uhr haben. Das Ganze mal hier im Bild. So sieht so ein Chart dann aus. Und jetzt gehen wir mal in die Praxis rüber. Das heißt, wir öffnen jetzt einfach mal das Trading Tool hier bei Tickmill und können dann entsprechend einfach mal in die Charts hineinschauen. Übrigens, das ist hier das Trading Tool im Metatrader 4 mit dem Add-on zum Stereo Trader. Den gibt es hier bei uns bei Tickmill for free, wenn Sie Ihr Konto ausreichend kapitalisieren. Und dann können Sie die starken Vorteile vom Stereo Trader nutzen. Wen das interessiert, ich zeige es mal eben ganz kurz. Sie sehen das auf unserer Homepage hier. Ich hole sie mal ganz kurz runter. Sehen Sie hier dann relativ einfach den Zugang dazu. Das heißt, gehen Sie auf die Website von Tickmill. Und dann hier haben wir es unter den Werkzeugen im Stereo Trader. Und da sehen Sie alle Informationen dazu, wie Sie das bekommen können und wie Sie den Zugang haben. Und hier erhalten Sie die Lizenz für den Stereo Trader. Also alle Informationen gibt es dazu. So können Sie den dann hier im Metatrader auch mit nutzen und die Performance Unterstützung absolut zu Ihrem Vorteil bringen. So, jetzt gehen wir mal hier rein in einen Chart. Nehmen wir zum Beispiel mal hier den DAX an dieser Stelle. Ich mache mal hier kurz die zwei Marken raus. Und dann stellen wir uns einfach mal den Chart hier so ein, dass wir es nutzen können. Kurzen Augenblick. Ich muss mal den Navigator aufmachen. Genau, also wir finden hier im Navigator den RSI. Den brauchen wir nur anklicken und nach drüben ziehen hier hinein. Dann öffnet sich so ein Fenster und wir sehen dann hier den RSI in der Ebene. Wir sehen jetzt ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Da gehe ich gleich auch mal nochmal drauf ein. Dann klicken wir einfach auf OK und schon sehen wir hier an dieser Stelle den RSI eingeblendet. Und zwar hier, wir sehen es hier unten im Standard, wie ich das gesehen habe. Die Berechnung findet hier statt auf die letzten 14 Perioden. Das heißt, wir haben jetzt hier einen 5-Minuten-Chart und alles, was angezeigt wird, wird auf dem 5-Minuten-Chart berechnet. Wenn wir hier auf den Wert im DAX in der Stunde gehen, sehen wir, da wird das alles auf Stundenmaßes auch berechnet. Und die Sachen, die wir hier sehen, sind dann halt auf Stunde auch mit da. Also das sind wichtige Marker hier in diesem Bereich. Und wenn wir das Ganze hier uns einmal anschauen wollen, dann sehen wir hier an dieser Stelle Ausschläge nach oben und Ausschläge nach unten. Es ist auch etwas sehr, sehr Schönes zu sehen an dieser Stelle. Interessant, das möchte ich gleich mal als praktisches Beispiel sehen, wo ich das hier auch mit habe. Schaut mal hier unten. Da war der RSI im überverkauften Bereich. Hier war der RSI überverkauft und der Markt stand in einer weiten Bewegung. Und hier unten gab es dann den Bereich, dass der Markt nach oben gedreht ist. Hier unten haben wir das gehabt und dann hier den Markt nach oben laufen. Das heißt, der RSI hat sich hier wieder aufgebaut. Die Wahrscheinlichkeit war da, dass er wieder in das Median zurückkehrt. Und hier unten konnte man dann die Wahrscheinlichkeit nutzen, nach oben zu traden. Das war ein schönes Signal, wo der Markt nach oben gelaufen ist, durch die Schwäche hier unten. Das ist sehr, sehr interessant. Ein anderer Bereich allerdings, und das möchte ich an dieser Stelle auch als Gegenseite mit nutzen. Das ist das, was ich vorhin auch avisiert habe. Nur, weil wir beispielsweise hier in einem überverkauften Bereich sind. Oder an dieser Stelle, ab hier sozusagen, sind wir im überverkauften Bereich. Wer hier blindlingsschurt gegangen ist, ist richtig böse auf die Nase gefallen. Warum? Schaut euch mal den Markt hier oben an. Wir hatten hier einen extrem bullischen Markt. Und wir waren hier überverkauft. Der überkaufte Bereich hat sich auch wieder abgebaut. Aber wie hat das sich abgebaut? Innerhalb von steigenden Kursen. Das heißt, an dieser Stelle hat die Zusammenarbeit mit dem RSI, wenn man nur den RSI-Indikator als Ratgeber nutzt, auch sehr, sehr schwierige Phasen. Nämlich immer dann, wenn man hier diesen überkauften Bereich hat. Das geht unten, unten auf der Unterseite ganz genauso. Nur weil der Markt überverkauft ist, heißt das nicht, dass es jetzt anfängt zu steigen. Das muss man immer sehen. Und wenn man wirklich so starken Auftrieb hat wie hier, dann geht man nicht blindlingsschurt, nur weil der Markt hier im überkauften Bereich ist. Das macht man erst dann, wenn man umdreht. Das heißt, gute Situationen, die sich beispielsweise anbieten, um das Ganze auch zu machen, wären dann wirklich Situationen, dass man hier einen vorherrschenden Abwärtstrend hat, der weit in seiner Bewegung steht. Dann hat man häufig die Chance in Zusammenordnung mit diesen zwei Bildern, dass der Markt doch auch ein Stück weit mit nach oben läuft. Das ist eine Möglichkeit, das Ganze hier auch gut und gerne zu machen. Und wie schon gesagt, das ist abhängig hier, wenn wir uns das Ganze mal auch im Tageschart anschauen. Schaut euch das hier auch mal an, an dieser Stelle. Wir laufen hier, sind oben ran gelaufen und dann gab es hier auf Tagesbasis etwas an Rückzug. Das ist dann korrektives Verhalten, aber das ist nicht immer gleich zu setzen, aber es funktioniert immer wieder. Schaut euch das mal an hier oben. Hier war mal im RSI oben drüber. Hier drüber gab es noch nicht wirklich viel zu holen. Hier startete dann wirklich der Markt nach unten. Das heißt, gut und gerne Kombination von Handelssignalen in Kombination mit dem RSI, wenn wir hier oben an diesen Stellen beispielsweise wie hier Umkehrmuster bekommen und das Umkehrmuster auch noch bestätigt wird, beispielsweise hier durch einen überkauften RSI. Und dann bestätigt der Markt den Ablauf nach unten. Das ist dann interessant. Das sind die Marken, die wir gut und gerne traden können. Ebenfalls hier eine weite Bewegung nach unten, ein überverkaufter RSI. Hier unten kam dann Stärke rein, mehrfach doppelter Boden, dann ging es nach oben. Das sind dann Faktoren, die wir schön zusammen mit reinnehmen können und wo wir dann mit dem RSI gut und sauber auch arbeiten können. Das funktioniert übrigens, wie schon gesagt, in allen, ich sag mal allen, den meisten Zeiteinheiten relativ gut. Aber wie schon gesagt, hier an dieser Stelle nicht immer. Wenn wir uns das hier beispielsweise gerade mal anschauen, hier haben wir im Fünf-Minuten-Chart, im DAX beispielsweise, hatten wir hier, um wann war es gewesen? Hier um diese Zeit, da war es 9.05 Uhr. Da hatten wir hier den Bereich im Überverkauf, doch im überverkauften Modus. Der Markt ist trotzdem nicht gestiegen. Jetzt sind wir hier weiterhin unten, sehr, sehr weit unten. Jetzt steigt der Markt so langsam an. Hier war das Umkehrsignal. Das kann man dann nutzen, um ein Stück weit nach oben das Ganze mitzunehmen. Das ist wichtig an dieser Stelle, das zu sehen. Hier drüben genau das Gleiche. Hier waren wir oben im überkauften Bereich. Der Markt hat trotzdem keine Anstalten gemacht. Der ist weiter nach oben angestiegen, trotz dass wir oben drin waren. Erst hier oben kam dann die Top-Formation, der überkaufte Bereich und dann ging es etwas nach unten. Also hier ist es wichtig, und da können wir an diesem Punkt hier auch zum Fazit noch mitkommen oder auch mitkommen, der RSI ist ein guter Indikator für die Beurteilung von Stärke oder Schwäche. Es ist ein Indikator, der sehr, sehr einfach anzuwenden ist. Und wir können ihn individuell anpassen. Das zeige ich auch gleich nochmal, die individuelle Anpassbarkeit. Und wir wissen jetzt aus dem praktischen Beispiel, was ich gerade auch gezeigt habe, dass die Aussagekraft steigt, wenn wir andere Faktoren hinzunehmen an dieser Stelle. Das heißt, hier gehen wir nochmal kurz zurück in den Chart. Und ich hatte ja vorhin gesagt, man kann das Ganze auch anpassen. Ich gehe mal eben in die Stunde nochmal mit rein hier, damit wir eine etwas größere Zeiteinheit sehen. Und jetzt mache ich mal eine Anpassung. Das heißt, wir gehen jetzt hier, rechter Mausklick, wir gehen mal auf die Indikatoren. Und dann öffne ich hier, dann öffnet sich noch so ein Fenster. Wir haben jetzt hier den RSI drinnen liegen. Da klicke ich jetzt mal auf Editieren. Und da gehe ich jetzt mal bei den Eingaben auf diesen Wert hier. Und jetzt mache ich mal aus der 14 hier den Wert von 20. So. Jetzt wird es neu berechnet. Und jetzt sehen wir, dass der Indikator hier anders ausschaut, als wir das gerade der Fall gehabt haben. Das heißt, hier läuft das Ganze in ruhigeren Bahnen. Es gibt wesentlich weniger Ausschläge nach oben oder nach unten. Das heißt, mit dem größeren gleitenden Durchschnitt hat man natürlich einen viel, viel ruhigeren Lauf. Und man bekommt halt entsprechend weniger Signale auf der Oberseite, beziehungsweise auf der Unterseite. Wer das Ganze gern etwas schneller haben möchte, der macht einfach hier im RSI beispielsweise, ich mache jetzt mal den Wert von 7 rein. So. Und da werden wir sehen, gleich wird die Tabelle unten, der Graph, deutlich volatiler werden. Hier wird gerade berechnet. Das dauert jetzt einen Augenblick. Sehen wir das? Das sind die Unterschiede. Das heißt, wir haben hier eine viel, viel, viel dynamische Oszillation zwischen den Werten hinein. Und das ist das, was jede Händlerin und jeder Händler für sich selbst auch zur Anpassung nutzen muss. Das heißt, wir können hier Einstellungen ändern. Wenn die zur eigenen Handelstrategie passen und zum Vorteil genutzt werden können, ist es sehr, sehr schön. Und damit können wir die Anpassung machen. Ansonsten funktioniert der Indikator auch im Standardwert mit 14 relativ vernünftig. Das ist also ein paar Informationen, ein paar Gedanken rund um die Arbeit mit dem Relative Stärkeindex. Gut, dass es solche Hilfen gibt. Und gut, dass wir Trader das zum Vorteil mit nutzen können. Danke für Ihre Zeit hier im Webinar mit dem RSI. Möge die Stärke sozusagen mit uns sein in Zukunft für alle erfolgreiche Trades. Und meine Einladung, jeden Morgen hier auf Tickmill Börsen täglich gibt es den Morning Briefing mit tollen Handelsideen. Kommen Sie da rein. Einfach der Seite auf Facebook von Tickmill Deutsch ein Like geben und schon verpassen Sie nichts. Das kostet keinen Cent, aber die Informationen bringen Ihnen richtig gutes Geld, wenn Sie es gut anstellen. An dieser Stelle danke und bis zum nächsten Mal.